Die Zeiten ändern sich auch beim Magazin Playboy. Die Zeitschrift wird seit keinen nackten Frauenbilder mehr abdrucken. Grund ist nach Angaben des Magazins von Gründer Hugh Hefner die Konkurrenz aus dem Internet. Dort sei mittlerweile alles auf einen Mausklick zu finden. Kein nächstes Monat und provokante Bilder von Frauen soll es aber auch in Zukunft noch geben.